Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New Diamond Reviews, ja, heute mal wieder mit einem neuen Video. Ähm, wir helfen mal der Hansa. Höh, der Hansa. Ähm, Aug um Aug. Erstlich von hier wurden Zivilisten zur Arbeit in einer Mine gezwungen. Doch als kein Gold mehr gefunden wurde, hat die Royal Army sie hingerichtet. Der einzige Überlebende verlangt nach Rache. Die Kommandanten sollen mit Sprengstoff getötet werden. Schieß den, äh, schieß hinterher Beweisfotos. Okay, 27.000 und 450 XP. Wo finde ich die Kerle? In der Nähe einer Höhle, wo wir Gold schürfen mussten. Ich zeig's dir auf der Karte. Fast alle sind an dem Quecksilber gestorben. Aber ich konnte fliehen und hierher zurückkommen. Und du glaubst, die sammeln jetzt neue Arbeiter? Neue Sklaven? Ja. Die haben Quoten zu erfüllen und müssen die Mine schnell wieder öffnen. Wir waren doch nur ein Mittel zum Zweck für sie. Einfach zu ersetzen. Ich schließe sie. Alles klar. Töt den, äh, töt den Premierzin mit einer, äh, mit der gestellten Waffe erledigen. Ich mach nur wieder, äh, weiß er. Mach nur schließenden Beweis, wo das gleich ist, okay. Was ist denn meine, meine vorgesehene Waffe? Habe ich hier irgendwie eine vorgesehene Waffe? Ne, keine Ahnung. Alles klar. Aber wir sagen mal, äh, ich, ich nehm einfach mal das Auto mit. Das steht hier. Warte, ich kann den Geruchopter mitnehmen. Ich wollte schon sagen, die kommen hier wieder hin. Die Spangen, ich hab gerade erst deren, äh, oh, ich hab gerade erst gegen die gekämpft und Dings mitgenommen. So. Wollen wir mal da hin? Wir müssen auch mal wieder jagen, ne? Wir müssen auch mal wieder auf Jagd gehen und ein paar, meine Geldbeutel und so einen Scheiß verbessern. Warte, wie viel, wie viel Level habe ich eigentlich? Acht Level. Scheiße. Die Geldbeutel. Also haben wir Kahnfalt. Fell. So. Wollen wir mal hier ein bisschen upgraden. Kosten zufällig in normaler Wehkommach. Spritzpratsch. Lautlos, wenn du nicht bewegst und Tiere greifen. Alles klar, ähm. Mach ich das als erstes Mal. Dann mach ich, äh, das hier mal. Und mehr können wir gerade, doch, das kann ich auch noch machen. So, dann sind wir hier einmal durchgeskilled. Ja, das haben wir doch geskilled. Ja, das haben wir gerade eben geskilled, oder nicht? Klar. Okay. Dann nicht. Dann haben wir es nicht geskilled. Okay. Okay. So, dann gehen wir hier runter. Äh, kann man noch zücken? So, scheiß drauf. Ich weiß nicht, ich muss die jetzt mit einer besonderen Waffe töten? Holy shit. Gescheit, du hast keinen Sprengstoff benutzt. Ach, ich soll die alle mit Sprengstoff töten, oder was? Okay. Ah, ja, klar. Alle mal ein bisschen mit Sprengstoff töten, ne? Oder soll ich... Ich versuch's mal, mit Sprengstoff zu töten? Töte dein Primärziel mit der gestellten Waffe in der LRG, ne? Was ist denn mein Primärziel? Töte den Kommandanten. Achso. Moment mal. Ich töte als erstes den hier. Okay. Bist dich auch. Oh, jetzt hab ich die alle getötet. Bobby. Ah, okay, warte. Musst ein... Ja, warte mal eben. Musst mal eben klarkommen hier mit meinen Waffen. Zack. Ich bin schnell gesnipet. Ich bin ja so ein sneller Sniper. So, ein Foto von der... ...Leiche machen. Zack. Foto machen. Alles klar. Warte, jetzt? Ich hab noch ein Foto von der Leiche gemacht. Ich soll, denk ich, mal aus dem Bereich hier raus, oder? Ah, das kann doch nicht so eine leichte Mission gewesen sein. Na, ich wollte schon sagen. Wir müssen in den Mineneingang, hab ich gerade noch was gehört. Müssen wir, glaube ich, noch kaputt machen. Ich will hier einfach mal so da oben gegenwallern. Oder auch nicht. Hä? Wait, what? Warum muss ich da jetzt mal rein? Ich geh einfach mal rein. Mal gucken, was innen... ...da drin wartet. So, der ist tot. Ja, ich muss da noch rein. Ah! Die muss ich auch noch mit Sprengstoff füllen, oder was? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ah, tötet die drei Kommandanten. So, Multikill. Dann sind das die drei Kommandanten. Alles klar. Hat er gerade gesagt, wir können niemanden ficken? Oder habe ich... ...habe ich das falsch verstanden? Hat er finden gesagt? Wir können niemanden ficken, Alter. Moment mal. Ach, die habe ich auch nicht getötet. So. Ich schieb's auch mal hin. Yo. Ich habe dich auch in meinem Sohn mit getötet. Mit Dings. Sprengstoff. So. Ich kann dir auch mal ein Foto machen. So. Augenmerk. Erfolg. Erfolg. Das war's jetzt, oder was? Was ist das jetzt? Ja, das war's jetzt. Okay. War jetzt keine sonderbar schwere Mission. Oh. Warte mal. Da wollen noch wieder welche Radau machen hier. Okay. Da habe ich den fast noch sogar gerettet. Sorry, Bro. War pisst doch hier, Drexel. Oh, the fuck. War pisst dich. Howdy, Moly. So. Kann ich den noch... ...vielleicht was entnehmen? Oh, Tibet-Wolffeld. Das ist geil. Oh, das ist geil. Stell dich so an, AJ. Oh, nein. Kleine Lust hier heute. Dankeschön. Weil die Frau da gerade so elegant liegt, nehmen wir die auch nochmal mit. Sprich, ein bisschen plündern. Den Typen da drunter auch noch. So. Den können wir nochmal häuten. Oh, das ist hier. Und den können wir nochmal häuten. Zack. Oh, der stellt sich an, ne? Äh, äh, äh. Den habe ich, glaube ich, mit Sprengstoff getötet, ne? Okay. So, haben wir irgendwas, was wir hier herstellen können? Nee. Ähm... Honig, Dachs, Schnee... Jackfell. Jack. Munitionsbeutel. Ähm. Und Asamfell. Beutel, das ist Schweinehaut. Alles klar. Äh, wie lange haben wir jetzt? 19 Minuten, 9 Minuten bisher. Hi, Bro. Mein Freund, ich kann dir viele Dinge zeigen. Das ist toll. Ich gebe dir erstmal 50.000... ...Küratien. Alter. Das verkaufen, das verkaufen. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Ich denke. Geh mir das Auto. Dankeschön. Ich brauche das Auto einmal. Das ist schön. Das gefällt mir, wenn der Tank voll ist. So, ihr habt auch so ein schön schwarzes Auto. Kann ich eigentlich. Rauchen ist verboten, Madame. Madame, rauchen ist verboten. Ey, oh Bruder. Hast du nicht gerade gesehen, wie ich deine Altab geknallt habe? Oh, du hast schon aufgehört zu rauchen. Finde ich ja nice. Warte mal. Ich will mal. Was ist eigentlich, wenn ich ihn abwerfe? Okay. Na jo. Das Auto ist direkt wieder fertig. Haben wir draufgehalten kurz und zack, fertig. So, einmal auf die Map gehen. Wo kann ich denn was für Tiere finden? Okay. Ich brauche Schweine. Wildschwein. Was haben wir hier für Tiere in der Nähe? T-Bit Wolf. Jack. Haben wir noch Königs hier. Was brauchen wir denn? Jack war für Wurf geschossen, ne? Granaten. Ja. Wir gehen mal zu einem Jack. Ich mag ihm an den Jack. So, mal gucken. Ich weiß doch nicht mal, wie ich die genau erledigen kann. Beziehungsweise, wie ich die erledigen soll. Yo, steh nicht. Steh! Ich hab den jetzt nicht mitgenommen, oder? Steht der Wichser direkt auf der Straße, der ja. Wichser. Oh, shit. Okay. So. D-d-d-d-d. Hier sieht es auch noch an. Mal mit aus, bevor ich irgendwie Copyright-Sachen kriege. Oh, und weiß man nicht, woher die Musik kommt. Was? Pisst euch! Holy shit. Holy shit. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Entschuldigung. 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 Ich wollte nicht stören. Mein Fresse. So, zieh uns. Ich heil mich mal eben kurz. Aber ich find's schön. Wir haben jetzt so viel Leben. Oder relativ viel Leben, ja. Find ich schon geil. Wir haben ja schon ausgestiegen. So, jetzt müssen wir den Jack suchen. Dann suchen wir mal das Jackd. Äh, das Jackd. Dann suchen wir mal den Jack. So, 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 so. Haben die irgendwie einen Lockruf, oder so? Ich weiß nicht, wo der ist. Das sind keine Jacks. Das sind irgendwelche andere Größeviecher. Ich laufe auf alte Seite, ne? Scheiß drauf. So, ich möchte einmal das hier mitnehmen. Die Pflanze. Dann geh ich mal eben da hinten hin. Gucken, ob da jetzt Jack sind. Ich will auch wissen, ob ich mit meiner, ähm, Dings jetzt, wow, das ist cool. Nee, ich kann's nicht umschießen. Wäre noch ein witziger Nebeneffekt. Ähm, ob ich mit meiner, Dings jetzt hier mit meiner, nein. Wird ich? In meiner Armbrust, ob ich da jetzt auch so One-Shot machen kann, beziehungsweise in den Kopf schließen kann, dass ich dann doppelte Ausbeute kriege. Hm. Da unten haben wir zwei Jacks. Drei sogar. Nein. Nein. Bleib stehen. So, einmal. Du kannst von mir aus hier bleiben. Krieg ich von dir auch eine doppelte Ausbeute oder krieg ich nur einmal Fell, ne? Äh, oder krieg ich die nur einmal Fell, ne? Oder krieg ich von dir nur einmal Fell? Ich krieg von dir jetzt zweimal. Alles klar. Bei den anderen hole ich mir auch nochmal so, nur zur Sicherheit. Ich dachte, hier liegen jetzt zwei, weil das Fell so aufgegrüselt war. Oh, ich hab zwei getötet. Warum nicht? So. Ich kann jetzt aber erstmal herstellen. Einmal. So. Rothundfell. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch irgendwelche anderen Tiere. Ich weiß noch nicht mal, wie die heißen. Ähm. Warte, ich kann auch mal im Tier gucken. Ich kann ja auch mal im Tier gucken. Die hier haben wir noch. Bar, Samba, Ras. Mal gucken, brauchen wir die irgendwo für? Assam. Assam. Jackfell. Für den Köderbeutel. Schnee-Loop. Nein. Ähm. Da hinten haben wir noch das andere Jack. Was ich nochmal mitnehmen möchte. So. Der will auf mich schatschen. Du Arsch. Du wolltest mich töten. Warum nicht, ne? Vor allem, wir töten die Ärsche. Stimmt, ich kann jetzt noch was herstellen. Und zack. Braun, äh, Bärenfell. Ich brauche hier als nächstes. Wer ist denn, nehmen wir den mit? So, mit drei Schüsseln sauber erledigt. Säuber noch nicht. Äh, weiß ich jetzt nicht. Verpisst euch. Binde uns los. Wenn du nicht gewesen bist. Ich brauche nicht schon wieder. Ich brauche Hilfe. 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 Ja, was ist denn jetzt los? Ich habe mir gerade geholfen, ey. Oh, scheiße. Oh nein. Das war auch nice. Dankeschön, Bruder. Dankeschön, dass du das Boot für mich freigemacht hast, ne? I appreciate that. Warum nicht? So, äh. Kann ich den jetzt noch überfahren? Das wäre natürlich noch spitze. Naja, kann ich nicht. Aber ich kann den abschießen. Den habe ich doch nicht getroffen. Den habe ich doch nicht getroffen. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das müsst ihr euch gleich nochmal im Slow-Man angucken, ja? Da pisse ich. Au. 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 That hurts, man. So, nochmal im Kamerjagd mit abgeschlossen. Alter. Jetzt habe ich richtig einen eingesteckt, ne? So, du musst mit mir reden. Aschlig gesagt. Ja. 4.000. Geht klar. 4.000 geht immer klar. Kann man eigentlich immer mitnehmen, oder? 4.000 Dollar. Äh, 4.000. Äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ähm. Nicht-Kryathen. Wie heißen die jetzt nochmal? Rupi. Rupien. Meine Hüte. Kann man eigentlich immer mitnehmen, oder? Finde ich. Oh, der hat es gerade geleckt. Höh. Was war das? Nein. Ähm. So. Wollen wir mal eine Stimme gerade abkacken. So. Oh, das hat sich schon angehört. Das hat sich gerade schon angehört. Oh, ja, wir haben noch einen Tweets. Die lese ich nochmal vor. Ein großartiger Tag. Was für ein Tag. Ich habe heute so viel mehr, äh, so viel mehr Erde geschaufelt als gestern. Und Inspektor Nabin hat mich, hat mich belohnt. Indem er mich, mein Abendessen, direkt aus der Abfallgrube holen ließ. Mein Freund und ich haben uns ein Wettrennen geliefert. Wer mehr Steine aus der Mine in der, äh, in die Grube schaffen kann. Und ich habe gewonnen. Weil er gestürzt ist und sich verletzt hat. Und nicht mehr aufstehen konnte. Aber das ist egal. Weil ich gewonnen habe. Und jetzt fühle ich mich genauso hervorragend, wie sich es vorher, äh, wie sie es vorher gesagt hatte. Hm. Alles klar, der hat einfach seinen Freund da verkrüppeln lassen sozusagen. Ja, ich habe trotzdem gewonnen. Yay. Ich bin der Beste. Och, diese Adler, ne. Also, sie läuft bei denen aber, ja, mein Freund ist gerade gestürzt. Sterbt vielleicht. Stirbt vielleicht noch. Äh, stirbt vielleicht noch und dann. Scheiß drauf einfach. Ich habe gewonnen. Den Adler da oben. So, einer. Einer habe ich nicht getroffen. Habe ich auch nicht getroffen. Kommt noch einer, ne. Wie viele Adler hier in der fucking Welt sind. Boom. Ich habe nicht getroffen. Ha. Scheiße. So, scheiß drauf. Wir machen nämlich jetzt mal für die Folge hier Schluss. Ähm. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch den Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das war es auf jeden Fall mit mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.